Okay, also ich muss hier jetzt irgendwie vorsichtiger vorgehen. Ich brauche eine Identität. Hatte der... Ist er zufälligerweise noch eine dabei? Außer MP-Munition nicht. Ich frage mich, ob es nicht doch einfacher ist, oben lang zu gehen. Hm, hier wird's eng. Also am einfachsten ist er eben da raus. Und ich dachte, das ist ein Gefangener und wollte dem sogar noch helfen. Aber ich glaube, dann komme ich hier gar nicht großartig voran. Hm. Weißt du was? Ich versuche es doch erstmal oben. Wie kann ich den LKW eigentlich fahren? Ne. Aber was ist da drin eigentlich? Ich bin nochmal neugierig. Ach, das ist der. Ja, mehr! Ja, mehr! Du überprüfst meine Identität. Und? Hat's geklappt? Nicht, hä? Warum kann er denn nicht nachladen? Achso. Tja, okay. Ja, mehr! Ja, mehr! Ja, ja, okay. Komm. Ja, mehr! Ja, mehr! Mist. Jetzt hat mich der Yamee gesehen. Ich schätze. Ja,이었 dann ist das. Ja, nichts. Das war Schoen. Ich schätze. Ich mache den Kleid Rücken. Ja, was sieiate. Schade, die passt nicht unter meinen Anzug. So, am besten da unten lang. So, am besten jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist doch cool Und natürlich behalte ich die Amos Die ist geil ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Würde sich das denn lohnen, wenn ich da jetzt runtergehe? Nicht wirklich Das ist mit einer Der sehr gut bewacht ist Ein Platz Nee, komm Ich bleibe hier oben Kommen die zurück? Nein Ich bleibe hier oben Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat nicht geklappt. Oh, verdammt. Okay. Okay, dann versuch ich jetzt mal so hinter denen so durch. Okay. Okay. Na gut, komm. Zama. Ja. Ja, okay. Das war ein Versuch wert. Achso, ich sollte vielleicht, äh... Zwischendurch mal speichern. Kämme gut. Oder ich lass die Wachen einfach in Ruhe. Aber vorher sollte ich trotzdem speichern. Okay. Linier und Armbrus, das passt doch eigentlich. Also sollte sich doch da keiner drüber blockieren. Okay. So. So. So, da dran vorbei möchte ich gerne. Wenn's geht. Ich guck erstmal, ob das überhaupt geht. Okay. So. 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 ... Okay. So. So. Okay. So. So. Okay. Das klappt ja ganz gut. Ahem. Mhm. Äh? Aha. Die Karte ist etwas verschoben. Tja. So weit, so gut. Wie viel mal kann ich denn überhaupt noch? Uh, zwei. Nein. Ach so, warte. Nee, ist eh. So. Danke. So, die drei sind hinüber. So. 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 So, theoretisch wäre das Sinnigste, hier unten lang zu gehen. Schade, dass ich die Bolzen nicht wieder rausziehen kann. Oh. Oh nein. Oh, fuck. Mensch, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte ja abspeichern, aber... Hä? Jetzt marschiere ich einfach wieder durch den Schnee. Und hoffe, dass die mich nicht sehen. Können sie ja nicht, ich bin ein Ninja. Ne, lassen wir das. Schaust, schaust... Hüuuh